Wir haben heute richtig losgegeben. Garsten können wir nicht losgegeben. Das ist unser viertes Tales-Ting in Folge. Hallo Leute! Hey! Was geht? Wir sind wieder da. Lange war still um uns. Und ihr seht wieder lauter aus. Eure Whisky. Eure Whisky-Adler. Ja, ist gut. Danke. Eure Whisky-Adler. Und heute fliegen wir mal wieder nach Schottland. Das sind oft sogar die nördlichen Highlands, in denen dieser Whisky seine Heimat hat. Mit dem Namen? Tomaten? Ja, Tomaten. Warum Tomaten? Hat das mit Tomaten zu tun? I doubt it. Werden wir sehen, ob dein Geschmack so... ...schmeckt wie eine Tomate schmeckt. Es ist der Tomaten schon jetzt. Es ist der Tomaten schon 14 Jahre. Ja, in Portweinfässern gereift. 14 Jahre lang. Kannst du ruhig auch anfassen mal. Danke. Ich finde den Deckel sehr, sehr schön. Den... So. Da ist oben so ein Logo drin. Das sieht total super aus. Mein Logo. Ähm, was uns erwartet heute. Rich but balanced aromas of red berries, rote Beeren, sweet honey. Süßer Schatz. Und rich toffee developed into aspects of light fruits and nuts on the palate and an abiding finish of smooth fruit salad. Alright. Macht auf jeden Fall erstmal ein großes Besprechen auf, was sehr fruchtig... fruchtig daherkommt. Schöner Obst oder? Mit Tomaten vielleicht auch. Mit Weizen. Auf jeden Fall softer side of the Highlands. Also die Highlands sind ja dann scheinbar bekannt für ruppig-kalt oder so. Zumindest deutet das dieser Spruch an. Das ist jetzt scheinbar ne süße Geschmacksexplosion. Das ist ja auch für uns zumindest. Und deswegen riechen wir jetzt mal. Für euch. Wie soll's machen wir jetzt? Ne komplexe Fruchtsüße da schon direkt. Also... Muss man erstmal so ein bisschen sortieren für sich selber. Ja, genau. Für sich selber. In der Nase. Ja. Ne Farbe riecht man auch aus, ja. Also ich finde... Rechtes Nasenloch... Ist so ein bisschen Sherry. Ja. Linkes Nasenloch Vanille bei mir. Ach ja? Vanille. Wie man Spanier sagt. Vanille. Vanille. Mallorca. Ich mag mein linkes... Ich mag mein rechtes lieber als mein... Ja, links ist auch sehr hässlich. Optisch. Das sagen auch die meisten Leute. Ja, wenn man Money kennenlernt, dann ist das so ein bisschen... Das ist so das erste, was man oft bei ihm bespricht. Was hat der für ein schönes rechtes Nasenloch? Ja. Das schönste rechte Nasenloch der Welt. Aber das linke ist abgrundlich hässlich. Bei mir ist das linke auf jeden Fall heute präsenter. Also im Geruchswahrnehmungs... Ja. Ding. Ich finde auch... Ich finde auch so ein bisschen schokoladisch. Ich finde es ist komplex. So wie unsere Psyche. Man sagt häufiger Nase. Man sagt ja Nasenloch. Das ist ja ein gebräuchlicher Begriff. Aber was man nicht sagt, ist ein Ohrenloch. Sondern nicht ein Mundloch. Stell dir mal vor, man hätte hier keine Nase. Sondern hier zwei Nasen. Und hier in der Mitte Ohr. Also sie mir ist mit einem Ohren in der Mitte? Nein, das ist dann links- oder rechtsträger. Entweder hat man quasi das linke Ohr hier. Guckt dann nach da. Oder das rechte. Und dann ist man Linksträger oder Rechtsträger. Und das wäre bei jedem Menschen einfach anders. Genau. Darum würden sich die Menschen unterscheiden in Klassen. Linksörler und Rechtsörler. Linksörler und Rechtsörler, ja. Man könnte sich auch mal vorstellen, wie es ist, wenn man hier ein großes Auge hat. Und hier zwei kleine Münder. Dann würde man ganz komisch essen. Man könnte vielleicht essen und gleichzeitig reden. Gleichzeitig reden oder trinken, weil es gleichzeitig ist. Genau. Und man würde aber nur zwei Dimensionen dann sehen. Das wäre ein Problem. Okay, aber perfekt. Ja, aber es hätte doch irgendwie anders gekommen. Komisch. Hat sich ja dann nur mit der Natur doch irgendwie anders überlegt. Ja, also fruchtig. Ich finde auch irgendwie schokoladig. Ach, warum lasse ich jetzt auch. Okay, lass uns jetzt mal rein. Prost, ja. Ja, ja. substrinken. Ja, ja. Ja, ja. fand ich helle Früchte, im Abgang dunkle Früchte. Ich finde, er ist schon fruchtig und süß, aber er ist nicht so weihnachtlich, also nicht so zimtig und rutscht mir auch schon mal, sondern Obstsalat, keine Ahnung. Der Punkt ist ja, man schmeckt und riecht ja nicht die Früchte, wie sie sind, sondern man riecht sie immer in so einem alkoholischen Kontext. Also ich finde, alle Früchte, die man irgendwie wiedererkennt in so ein bisschen, sind immer irgendwie eingelegte Wie nach Bohle oder so. Ja genau, wie nach Bohle. Und ich finde, da ist es wie so eine sehr, sehr lange stehende Bohle. So eine Bohle, die hat man vorbereitet für eine Party und dann ist die Party ausgefallen wegen Corona und dann hat man drei Jahre lang stehen lassen. Sie ist aber nicht abgelaufen, sondern sie ist reicher geworden. Auf jeden Fall auch Honig, auf jeden Fall Honig. Ja, Honig finde ich auch. Ähnlich wie beim Geruch, also erstmal eine konfuse Fruchtigkeit, die man erstmal zu unterschönen und zu differenzieren lernt. Ich finde ganz oft bei Whiskys ist es so, der Geruch ist irgendwie so, dann ist der Mund so und der Abgang so. Aber ich finde, bei diesem Whiskys ist das ja schon nicht konsistent. Bei diesem Whiskys ist es so, der riecht so, wie der auch schmeckt. Da fehlt mir so ein bisschen wieder die Herbe, die ähm... Die süße Herbe? Der ist mir zu süß, also der ist mir zu überdreht süß. Mhm, das kann ich verstehen. Das ist bei mir so dein Taste, ne? Da fehlt mir so ein bisschen so das Erdige. Wenn man süße und fruchtige Whiskys mag, also wenn es zum Beispiel die Nikka mag, von aus Japan. Der ist nochmal ein bisschen mehr süßer, aber klarer süßer. Und der ist im Vergleich komplexer süßer. Also meine Meinung. Deine Meinung. Deine Meinung. Aber der Enzo ist ja auch so ein süßer. Also der kommt sehr japanisch daher. Also wenn man... Ich weiß nicht, wie man sagen kann, die Japaner sind alle so ein bisschen süßig, süßer. Die, die wir kennen auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, das hätte jetzt auch irgendwie, wenn er aus Japan käme, hätte ich auch nicht... Ich hab gerade noch in einem Buch gelesen, dass Tomatio irgendwann vom japanischen Unternehmen gekauft wurde. Ach. Ach. Ja, ja, genau, wirklich. Weil die hatten irgendwann eine Krise, 1819, und dann schlag mich tot. Was für ein Sprichwort. Irgendwie hat Japan dann noch was rausgekauft. Seine Finger. Ja, Japan hat seine Finger im Spielen. Also wenn man süße Whiskys mag, ist der bestimmt cool für euch. Für Leute, die süßen Whiskys mögen. Kommen wir zum Rating. Kommen wir zum Rating. Auf einem Kopf mit zehn Ohren. Das wäre auf einem Planeten, wo zehn Ohren auf jeden Fall... Zehn Ohren hätten Platz auf diesem Kopf. Maximum werden, genau. Wofür würde sie Mutter Natur denn so entscheiden? Ja, ich würde halt so vier von zehn Ohren lösen. Da muss ich schon ein bisschen strenger sein. Ich finde den... Also das ist die Geschmacksache auf jeden Fall. Ich glaube für jemanden, der süße Whiskys mag. Diese Leute hätten auf jeden Fall sieben Ohren am Kopf. Okay. Aber, whatever. Für mich persönlich fünf bis sechs tatsächlich auch. Das ist ein loliter, süßer Whisky für Leute, die süße Whiskys mögen. Und da latschen wir auch nicht. Wenn du das gerade bist, du bist trotzdem ein klasse Mensch. Also für mich, für uns. Für uns sowieso. Hey, ja. Ja gut. Leute, jetzt kenne ich den auch. Ich mach noch ein Verständnis. Wir haben heute richtig losgegeben. Gas geben. Das ist unser viertes Tasting in Folge. Falls ihr das merkt, dann... Schreibst du in die Komponies, wenn ihr das merkt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir machen jetzt immer so, wenn der Whisky nicht so toll war, dann tun wir den hier einfach... ...und schicken das zurück wieder nach Japan. Okay. Gut. Gut. Tschüss Leute. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018